Wie war es denn für dich? Global Creation, zweieinhalb Tage, Liesn-Wengsen. Was hast du hier erlebt? Es war gigantisch, wow! Jetzt weiß ich endlich, wie es geht. Nochmal Vertiefung, wie ich die Access-Werkzeuge anwenden kann. Nochmal gewübt mit allen Energiezielen und, und, und. Und wie man sie wirklich, wirklich benutzt, um halt sein eigenes Leben zu kreieren. Wow, es war fantastisch, super! Hattest du Spaß? Oh, Spaß mehr als je nach Muskelkater, ja. Muskelkater wahrscheinlich ohne Ende, ja. Es wurde ein bisschen über Sex gesprochen. Aber nur ein bisschen, oder? Nur ein bisschen, über andere Dinge, die man kreiert hat, genau. Und wie man mehr Kunden kreiert und wie die Sachen sich selber verkauft. Vor allen Dingen, wie man neue Ideen kreiert. Oh, sowas gibt's. Und dann dieser Energie folgt, genau. Ja. Danke, danke, Liesem. Es war wundervoll und ganz, ganz toll. Danke dir. Hm. Danke, Liesem.